Neues Let's Battle bei den GamerPanthers, am Start ist der Tore und wir spielen Hearthstone. Ja, die Let's Battle kam auch schon lange nicht mehr, oder? Ne, genau. Das letzte war auch der Hearthstone von längerer Zeit. Wir nehmen mal den Krieger. Und Tore best of three, oder will man das machen? Ja, best of three, ne. Wer zwei Spiele gewinnt hat gewonnen. Weil in einem Spiel kaum noch Pech haben wir es hin oder so. Wechseln, klar, wechseln. Ach, mit wechseln? Okay. Ich werde vielleicht auch ein zweites nochmal nehmen. Warte an, wie's das läuft. Ne, das ist nicht so lange her. Mal gucken wir mal. Ich möchte trotzdem mal betonen hier, weil nicht unsere besten Decks. Ne, haben wir beide nicht, weil... Weil beide vom anderen das beste Deck-OP finden, die nicht dagegen spielen wollen. Ja, weil sein Scheiß Magier-Deck-OP ist. Weil dein Scheiß Gigier-Deck-OP ist. So. Oh, da hab ich schon mal ne Scheiß-Stadt an, muss ich jetzt noch nicht gehen. Ja, ich auch, aber richtig, richtig Scheiße. Ah, vielleicht zieht ihr was Gutes? Ja. Ach Gott, es wird immer schlimmer. Na, mach mal. Ja, super. Ja. Ich will ne Karte ziehen. Hammer. War nicht der geilste Zug jetzt. Und ich zieh auch noch Scheiße nach, ey. Na? Na toll. Ja, zeig mal, was du drauf hast. Auch nix. Mann, Mann, Mann. Alter, ich hab alle Karte mit 4 Mann auf der Hand. Scheiße, komm, doch mal ne Karte ziehen. Alter, ich hab nix. Ey, jetzt, jetzt hab ich die Karte, die ich am Anfang gebraucht hätte. Kann ich sie mir auch nicht mehr einsetzen. Naja, mach mal. Ja. Ist lecker ein bisschen bei mir. Das war's. Bei mir auch. Kann sein, weil du uploadest. Ne, ich hab nix mehr zu tun bei Hardstone. Ich bei Hardstone ja sogar beim Rendern, das verstört mich. Muss das sein. Da. Geh mal ne Karte. Was kann die denn? Verstoßen hat? Vielleicht am Ende eures Zuges einem anderen zufälligen Freundin ein Leben. Hm. Ja, wenn man den auch verstört hat, dann schockt das eigentlich. Aber jetzt, ja, jetzt scheiße. Versuch das hier, ey. Ach du Scheiße, das ist einfach einer. Und krieg auch ordentlich Schaden, du Scheiße. Aber dann leckt das denn so. What the fuck. Lecken? Wart bei mir nicht. Verstehen nicht. Meist du so ping-mäßig, oder meinst du das Spiel? Ne, es ruckelt nur ein bisschen so, versteh auch nicht wieder. Hardstone, hast du das Hardstone, so Anforderungen. Battlefield 4 läuft auf Ultra, aber Hardstone. Ja, das kann man schon verstehen, dass es ruckelt. Leider Spiel, ob er lasse oder so. Ich muss jetzt, ich bin jetzt die beiden Karten, um den Scheiß Fichter wegzumachen. Kann ich das benutzen? Ich frage mich. Boah, ne, das ist, das ist ein Methodusurteil. Alter, ich zieh grad scheiße, ey. Ach komm, mach das Scheiß wieder weg. Komm. Muss sein, der nervt mich. Du darfst auch eine Karte ziehen. Mann, Mann, Mann. Gibt nur Kacke auf da, das gibt's doch nicht. Wir haben's grad ganz cool. Irgendwie auch auf'n Keks, ne? Was wir machen. Ich hab'n Keks, ne? Das war's. Aua. Das war's. Ist bei dieser Mana-Region mit meiner Hand richtig cool. Mach da noch mal ein. Wie viel Schaden? Zwei. Mhm. Auch Verstohlenheit. Ähm. Ja, das ist klar. Ich werd' ganz einfach das aktivieren. Ich werd' noch ne Karte ziehen. Ah, der hat nur noch zwölf Leben. Leck' mir Marsch, ey. Die Scheiß-Karten da. Oh, ja. Ach, Mann. Ist der einfach einer schon wieder. Voll OP. Wo ist der OP? Komm mal, der kostet vier Mana und hat zwei Angriff. Hammer. Ja, guck mal. Zeig noch mal zehn Leben. Ja, Hammer. Ja, was denn? Ja, OP. Zauberstamm plus eins. Ja, komm hier, geht rauf. Ja, guck mal her. Siehst du, siehst du die OP? Ja, mega OP vor allem, ja. Mann, ihr habt'n Kacke auf der Art. Ich hab' fast keine Viecher. Niemie, Niemie. Ja, guck. Das ist wieder OP. Scheiß Vieh. Hab' ich dir aber letztes Mal schon gesagt. Der ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Niemiemie. Mie, Niemie. Na der muss erstmal, der muss erstmal weg Das spielen? Ne, das ist schlecht Auch schlecht Ähm, was machen wir denn jetzt? Ach so, ne ist auch schlecht, ich muss den Scheiß wieder wegkriegen Das war gut scheiße Alter, nur Kacke auf der Hand Und gewonnen Sechs Schaden kannst du machen Machen wir mal sechs Schaden Ja, der hat drei Angriff jetzt Und das Ding nochmal Ah, wie lange in Langer Ja, 1-0 Toll, der kann auch gar nix, ey Guck mal ein Jäger spielen Ja, von mir erst kannst du das Jäger spielen, Tore Mach mal Ach jetzt, jetzt darf ich das? Der will ja auch ein Rumgeflammeln Machen wir Jäger jetzt, ja Nee, ich bin mit dem Fährer Ich mach immer was anderes Jäger Mage, komm Unsere beiden besten Decks ging da, na komm Nee Ich gegen den Mage spiele ich nicht Scheiß um Scheiße, da Also Leute, wenn ihr Mage spielt, seid ihr echt mofuckers einfach nur, ey Es gibt einen OP-Karten auf den anderen Die Scheißschaf ist scheiße Der Pyro ist scheiße Der Pyro ist scheiße Der Pyro ist scheiße Der Pyro ist scheiße Und dann lasst die Hunde los Ja Haust ihr auf zehn Angefäßen hoch Ja gut, also was wollen wir erst nehmen? Was wollen wir denn nehmen Tore? Du nimmst, aber kein Jäger Nee, ich habe jetzt kein Jäger genommen Ok Ich ne trotzdem Maria Nein Das war zu geil Erst mal meinen Getränk servieren Erst mal Cola Corn ja meine hand karrt auf die kacke alle weg hier alles weg zwei von drei weg eine eine da kommen jetzt ja ja ich habe die münze also wir sind jetzt nicht die absoluten kack freaks sind wir nicht in hartstom so gelegenheitsspieler sag ich mal so also wir haben jetzt nicht hier das deck voll mit legendaries aber jedenfalls mit mir nicht ich habe keine einzige ich habe eine drin immerhin hammer haben wir das feld müssen aufbauen so kommt mir mal ein grisli zeig mal was du hast doch genau das muss jetzt ein gefühl gehabt im deck eigentlich wollte ich mal rausnehmen ist eigentlich ziemlich schwach die karte ja das deck lange nicht mehr bearbeitet war hier deine fresse einfach nur hammer oh perfekt ja komm da auch noch 3 3 ey was ist denn ja ist nicht schlecht so so ich glaube die taktik mal ja geht eigentlich so und vielleicht so naja läuft nicht so geil aber ich merke schon da geht's dann das sind noch 7 handkarten nur 4 langweilig erst mal rumflägen ich kann nicht spielen bis das scheiß ding weg ist ganz geht ja vp alles drauf das stimmt was das meiste lebt mir alle gleich wieder ja das ne ist auch schlecht db kann ich mal kurz angreifen amando weg 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 hmmm so das soll noch ein leben ja toll Kevin, spiel deine Viecher ruhig aus, die gleich alle drauf gehen. Ne, mach ich auch nicht, deswegen. Ah, Viecher ist jetzt nicht gebracht, ne? So. So, gegen unser Helden war's, was schade. So, ich spiel mal, würd ich sagen, das Mateen. Ah, ich hab das, ah scheiße, er hat besser spielen können, egal. Nimm das! Mal gucken, was jetzt kommt. Die Wahrheit ist mein Schild. Oh, die ist auch richtig OP, muss ich sagen. Na, OP nicht stark, aber nicht OP. Nö, überhaupt nicht. Deine hat auch 4, 5, kostet 2 Mana weniger. Ja, aber deine hat, scheiß Gott, chillt dann auch. Ja, kostet 1 Mana, die Karte. Verleih mir die eine Rotte Schild. OP ist hier nicht. Hm, Mann, hm. Der Ding hat auch noch so viel Leben, auch noch. Was tut. Das ist ein Mungofiecher am Start, ich nur. Ähm. Wo soll ich zuschlagen? So. Der überlebt das. Der muss leider drauf gehen. So. So vielleicht. Ja, was besseres konnte ich nicht machen. Hm. Hm, hm, hm. Überleg ich mal, du hast so viele Handkarten. Acht Handkarten. Geht hinter mir in Deckung. Ja, so scheiß Vieh. Das Ding kann ich mir auch nicht entscheiden. Ich hab immer vorgerufen sollen. Ja. Hättest du anders rummachen sollen. Ach ne, mit maximal 3 Angriff. Ach so. Stimmt. Ich dachte mindestens. Ja, ich dachte mindestens. Hab ich verlesen. Ja, okay. Den ist ja rot. Ja, erstmal. Den ist okay, ne? Ähm. Muss ich opfern? So. Der hat da 2 Angriff. So vielleicht. Alter, der hat überhaupt keine Handkarten mehr. Schock nicht. Alter, ich spiele alles schwach einfach nur. Haha. Ah, ne ey. Ich freute wieder einen einen Schaden. Die hab ich eben hatte. Wirklich cool. Ja, genau deswegen ist mag er so op. Einen einen Schaden machen. Wieder ganze Feld leer. Mit einer Kali. Ein Mana kostet. Oder 2. Hm, was spiel ich denn jetzt? Ja. 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 Ja, dann hauen wir mal mein Viech weg. Ja, wohl ich muss jetzt verschwenden. Ist ein bisschen schade drum, aber... Ach so. Okay. Karte ziehen ist heute nicht. Hm. Aber so kommen die Karte ziehen. Wir nehmen so, wa? Haha. Alter, soll ich jetzt mit der scheiß Karteleck in am Arsch? Boah, super ey. Ich kann alle Karten nicht einsetzen. Hammer. Boah, was soll der denn jetzt schon wieder? Nehmt das! Boah, was soll ich denn jetzt tun? Komm mal hier was Gutes ziehen. Ja, ja, komm. Siehste, kommt doch schon. Ja, da kommt was. So. Ich glaube, wir haben bestimmt eine Karte jetzt hier irgendwie... Ne, jetzt muss ich... Jetzt muss ich mal in Legendary ziehen. Komm, komm. Oh. Ja, jetzt haben wir hier schwarzer Ritter. Ah, die hat was besseres. Ich bin mal gerade auch besser. So. Oh, Mann. Was ist das denn immer für eine Scheiße? Na komm, jetzt Opfer deinen scheiß Lächer. Nein, wieso? Möchtest du nicht? Okay. Meiner hat doch Sport. Ja, meiner auch. Ja, meiner hat aber einen Angriff mehr. Ja. Ja, das bringt ja auch nichts. Bringt zwar nix, aber... Sieht toll aus. Naja, machen wir so. So, ich muss noch was Gutes ziehen. Komm jetzt. Ja, okay. Besonders viel. Na gut, bringt vielleicht etwas. Aber... Alter, heute läuft ja gar nichts, ey. Heute läuft das nicht. Ähm... Alles verschwendet, was ich auf der Hand habe. Naja. Machen wir den jeweils mal weg. Oder steck ich den anderen. Scheiße. Ah, stimmt. Also muss meinen Baum ja eh wegmachen. Geht er ja auch drauf. Jetzt kommt bestimmt wieder... Denk mal, alle, die einen Schaden machen. Wäre cool, hab ich noch nicht getogen. Ha, ich muss dann baumlos werden, ne? Ja, da fiel mir sowohl leider opfern. Ja, da fiel mir ein Leben. Also es ist noch 5 andere Handkarten, also. Ich frage mich. Ja, ich hab da voll den Nachteil, ey. Eine Karte auf der Hand bringt mir nichts. Kann ich jetzt schon mal sagen. Die bringt mir gar nichts. Die auch immer am Ende. Kein Damage, die kriegst... Ne, hab nicht gut angelegt, ey. Kannst mir kein Damage machen. Kannst du mal überlegen, wa? Mhm. Mhm. Ich denke mal, ich werde mir ein bisschen Self-Damage machen. Oh, willst du so weghauen? Okay. Ach du Scheiße! Das muss man dann halt in Kauf nehmen. Ich muss mich entscheiden. Oh, es gibt noch Sport. Oh, ne. Oh, ey. Was wird's noch? Heldenfähigkeit. Oh, Kevin. Reicht die Zeit? Ja. Oh, war Glück gehabt, du. Ist ja beim anderen immer 5 Sekunden für Trigger-Toro. Ich bin schon lange fertig. Oh, kann man nochmal neu ziehen. Was soll ich da denn mit jetzt? Toll. Was soll ich damit? Ich kann nichts machen. Das bringt nix. Das kann ich einfach wegknallen, einfach. Wie, du bringt das nix? Weil ich nur 2 Karten habe. Ich werde sowieso mal alle Karten spielen können. Ich habe beim AKB eh verloren. Kann nicht mehr viel machen. Ich kümmer mich drum. Ja, dann kommen wir wieder verliegen bleiben. Mann, ey, heute läuft das einfach nicht, ey. Ich zieh einfach nicht die richtigen Karten. Ich darf doch mal ziehen. Ich hoffe, dass ich meine Erzählung bekomme. Oh, super. Aber ich hatte während der einen Harznerrunde der Rattet habe ich Chorolat aufgegessen, ey. Meine Fress. Ich kann den Scheiß wie... Warte mal. Mega ungesund. Ja, ich kann den Scheiß wie wegmachen. Ja, ich kann den Scheiß wie wegmachen. Und dann sind wir noch weg. So. Alter, auf 17 Angriffe. Ja, war krass. Der kann mit dem Richtig ausrasten. Das scheiß nicht. Ich glaube ich gar nix mehr. Ich habe alle Karten verballert. Ja. Auf vier Leben. Ja. Vier Leben kannst du runterknallen. Ich mach's bisschen anders. Okay, wer hat Angst vor meinem Einsatz? Nein! Ach, scheiß. Ja, komm, noch ne Waffe. Ich war ein Scherz. Ja, ich bin Krieger. Die muss ich auf jeden Fall. Jeder bringt jetzt auf jeden Fall ein Brick hier. Herr Zitter! Sturmwind! Auf jeden Fall bringt er jetzt was. So, das ist mal ein, die Fresse von mir. Ja, hab ich so gewonnen, war? Pass auf, ich kann nicht, äh, ich kann auch noch, wie der Mensch mein hält das macht. Oh, du bist wie so ein Kack-Momo. Du musst mir nicht immer jetzt alles ausspielen. Greif mir einfach mit deinem Scheiß hier an. Ist gut. Kommt das hin? Das hat einen neuen Angriff jetzt, naja. Gut. Nicht, dass ich mich verziehe hier. Ja. Alter. Guck, ja, genau runter gehauen, naja. Alles geplant. Alles geplant, ja. Ja, zweimal gewonnen, ich würde sagen. Letzte, letzte Mal, wir hatten, glaube ich, schon mal Hastum Battle gemacht. Mhm, letztes Mal hast du gewonnen. Ja, war's mit diesem Let's Battle. Denn danken wir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder am nächsten Samstag beim weiteren Let's Battle. Bei den Gamer Panthers. Haut rein. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.